Herzlich Willkommen! Ich heiße Alice Hubert, ich unterrichte die Harfe an der Musikschule. Die Harfe ist ein sehr altes Instrument und gehört zu den Zupfinstrumenten. Im alten Ägypten und in Babylon wurde sie schon dargestellt. Hier haben wir zwei Harfe. Die kleinere ist die keltische Harfe und die größere die Pedalharfe. Normalerweise beginnt man mit der keltischen Harfe. Sie kann gemütet werden. Die Kinder können im Alter von 6 oder 7 Jahren anfangen. Ich habe aber auch erwachsene Schüler. Die Kinder können im Alter von 6 Jahren anfangen. Die Kinder können im Alter von 6 Jahren anfangen. Die Kinder können im Alter von 6 Jahren anfangen. Die Kinder kann im Alter von 7 Jahren anfangen. Die Kinder müssen im Alter von 6 Jahren anfangen.